Jetzt redet man ja immer nur noch über das royale Baby bei Meghan und Harry. Ist es vielleicht auch wahrscheinlich, dass Kate ein viertes Kind kriegt? Ach naja, also ich glaube, drei ist schon eine ganz gute, komplette Kiste. Aber so schnell, wie sie schlank wird, so unproblematisch, wie das für sie läuft, wieder ins Leben einzutauchen und dank guter Nanny-Beratung ist es, glaube ich, möglich, auch noch eine Großfamilie zu bekommen. Und Platz genug im Schloss wäre für alles. Insofern, das können wir vielleicht noch sehen.